so freunde der nacht wir sind jetzt hier bald auf dem berg oben man sieht vielleicht nicht so ganz aber es ist relativ hoch da ist die freunde und da geht es ganz schön runter schauen wir mal hier ich hoffe ihr seht die ansicht und jetzt werde ich jetzt werde ich euch mitnehmen bei der talabfahrt der rungsweise let's go irgendwie hatten wir jetzt technische probleme habe ich gerade mitbekommen aber es scheint sehr neblig zu sein ich hoffe der nebel legt sich jetzt gleich wir kommen an hier wir kommen an jippie ganz schön neblig das sind schon die skifahrer und raus gehen raus sprinnt und ich eigentlich keine ahnung man weiß es nicht man muss dummheit und so ist gewollt das ist sehr neblig hier schauen wir jetzt das ganze neblig sehr nämlich sehr gefährlich eigentlich oder bei nebel wie in schwarz aber auf weißes schwarz natürlich wieder nicht so auffällig dann gib ihm du fährst neben mir oder wie du gehst noch ein bisschen hoch okay die bodycam filmt alles jetzt hier im sommer skifahren mastercard und visa bleib auf deiner linie und gebräst im schnee wer ist ihr lieber gemma oder schon nicht und wenn wir zu schnell sind was machen wir dann sterben spaß dann let's go my baby warte kurz schuhe richten ne magisch nicht ich muss das halten für mich gut schön fertig ja fangen wir an oder ja dann hopp ja schon ist bestimmt wieder ich werde dir rein rutschen hier ist glatt ge sehr glatt haben jetzt hier jetzt sind wir sehr schnell wo du da das war knapp dem tut wer ich fast reingefangen war egal Hi, siehst du, was der Spaß, hier, die krassen Sturmhaube, der macht Überfall, total krass, wir haben Schnee hier, sind sehr schnell unterwegs hier bei Eis, hoppala, wir rettern hier förmlich Schaut es mal an, oh Bruder, oh, 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 Bist du umgefallen? Oh Mann, du Arme, war das hart? Ja, es war hart. Hat es wehgetan? Ja, ich bin auf den Arsch gefallen. Auf den Arsch. Ziehen die Leute nichts mehr wegen dir, weil du auf den Hintern fährst, pass mal auf. Hier ist gesperrt und du musst hier unbedingt langfahren, das ist wieder typisch, aber kein Problem für mich, komm. Auf eigene Gefahr. Spaß, wir fahren das zweite Mal hier, freundliche Nacht. Ich hoffe, ihr habt die davor schon gesehen, die Fahrt, Abfahrt, Fahrt, Abfahrt. Ja, jetzt bist du wirklich schneller. Hä? Jetzt warst du wirklich schneller. Ja, weil ich nicht mehr so Angst habe. Mir ist das schmierig. Hast du nicht die Brille an? Die Brille? Doch. Okay, weil wir filmen immer noch für YouTube, wir übertragen gerade live. Live? Ja, wir sind gerade live. Ja. Und hier schaust du? Das sehe ich gerade nicht, leider. Doch, ich zeige es dir dann in der App, dass wir live waren. Das kannst du machen, klar. Wir sind gerade live auf YouTube und Twitch gleichzeitig. Ja. Das kannst du einstellen. Doch, ich zeige es dir daheim, dass es geht, wenn du es mir nicht glaubst. Nee, Spaß, wir sind gerade nicht live, aber es geht wirklich. Und du sollst nicht so viel Blödsinn labern, weil ich habe keinen Bock, dass ich was schneiden muss. Okay, dann gib ihm. Jetzt sind meine Eier aus Stahl. Boah, Bruder. Wir fahren ein bisschen hier. Boah, Bruder. Ich hoffe, ihr seht es. Boah. 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 Ja. Geil, jetzt habe ich es langsam raus. wieder. Ihr seht, ich bin zurück, Babygirls. Das wird die Talabfahrt Teil 2, das zeige ich euch jetzt. Weil jetzt bin ich gut geworden. Oh, das ist mein Todesurteil. Wer weiß, wer weiß. So, komm hier, runterdüßen. Komm, gib ihm. Muss schneller gehen, der Spaß. Jetzt bin ich hängen geblieben, leider. Hi, grüß dich. Alles gut, alles gut im Schritt. Alles cool. Ich habe dich überholt ein bisschen. Tut mir nicht leid. Ich dräng dich ab. Es wäre ein bisschen schade. Boah, sie hat mich überholt. Seht ihr das? Die Sache ist die, ich filme für euch im Sitzen. Sie liegt fast. Bedeutet, sie ist schneller. Könnt ihr mal probieren, so wie sie hier sitzen. Werden wir nämlich auch schnell gehen. Sehr gut. Okay, wir nehmen jetzt hier eine sehr schnelle Geschwindigkeit an. Boah, wir müssen nicht aufpassen. Wir müssen sehr schnell schauen. Ich filme mal für euch so, dass ihr seht, dass ich nicht labere. Boah, klug ja. Boah, ja moin. Hier, man braucht massive Körperanspannung, Körperhaltung. Und ich ziehe irgendwie immer nach rechts. Egal, jetzt setzen wir uns wieder nochmal hin. Nein. Wir bleiben stehen. Scheiße. Ist doch blöd. Jetzt sind wir stehen geblieben. Und das, obwohl ich groß getönt habe. Au, wie schnell wir sind. Die Aussicht wieder. Die habt ihr euch vorher auch schon reingezogen. Jetzt ist es nebliger. Ja. Wo ich vorher gemeint habe, das Wetter scheint besser zu werden. Da habe ich mich wohl getäuscht. Naja. Komm, 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 komm rein hier. Jetzt wird sich gleich ein dummer Spruch kommen. Gleich kommt ein dummer Spruch. Und? Was wird der dumme Spruch sein? Warte mal kurz. Hallo. Ja, aber hat gut überholt. Ja, kommen wir nun mal weiter. Das ist doch mir wurscht. Juppie. Du wirst mir helfen. Was? Sagt sie einfach, du Arschloch. Habt ihr das gehört? Du hast euch so was nicht gefallen, wenn das eure Frau zu euch sagt. Du Arschloch. Du bist halt... Schatz, das ist mein Ding. Och. Der Falsche rein. Erzählt ihr jetzt. Juppie. Spaß. Ich liebe sie. Über alles. Da kann kein Schwanz was dagegen machen. Uff. Hier. Gebeam. Juppie. Boah, die sind sehr schnell. Und düsen in die... rein. Boah. Hallo. Hallo. Was heißt Schatz? Ja, sorry. Du mich eh überhust. Ja, ja. Boah, sei jetzt auch. Loah. Boah, naja. Boah. Boah, Bruder. Bruder, 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 okay, bumm. Ibi. Okay, wir sind im Tierschnee wieder, da wo ich nicht will, aber wir sind wieder im Normalen. Und es geht voran. Wir sind immer noch hier, Gott sei Dank. Erst kommt Platini und jetzt kommt ihr Maus. Es geht voran. Ja, warum bist denn du immer schneller als ich? Ist doch blöd. Sie lacht. Mit der gehe ich neben mir Schlitten fahren. Wer hat Bock mit mir Schlitten zu fahren beim Werk? Der kann sich jetzt melden. Bremst du auch eh schon nicht mehr ab. Hört's? Bruder, jetzt wächst es extrem schnell. Boah, ich bin links. Scheiße. Das Problem hier, wie ich vorher, glaube ich, schon in einem Teil erzählt habe, ist, wir haben hier... Ja, kein schön Pulverschnee mehr, sondern Abschnee. Schnee spilzt. Wir sind nicht mehr auf 2500 Meter, glaube ich, glaube ich, sondern jetzt wahrscheinlich nur noch auf, keine Ahnung, 1800, was trotzdem viel ist. Aber dieses Jahr, da, wo wir sind jetzt gerade, ist nicht viel Schnee unterwegs. Es schneit jetzt hier ein bisschen. Das sieht dir in der Ansicht vielleicht auch gut. Hier ist die Freundin, die wartet auf mich. Der ist jetzt reinfährt. Bumm. Bist du einen Arschstipp bekommen, den du dir verdient hast? Ein Skifahrer. Und... Ja, ich bin so langsam, das ist ja mein Problem, nicht? Und jetzt gucken wir... Wollen wir Roten tauschen? Wie bitte? Wollen wir Roten tauschen? Nein. Ich trau mich. Vielleicht bist du ja schneller mit der... Das wäre lustig. Ich hoffe auf. Shit. Boah, Mist. Boah, jetzt bin ich ja voll geschlittert hier. Wieder Eishände am Start. Ja, da komme ich schnell hoch. Da komme ich schnell hoch. Da müssen wir laufen. Lauf mal, lauf mal, lauf mal. Wir haben fast keinen Speicher, fast keinen Akku mehr. Falls jetzt das Video ausgeht, bedanke ich mich schon mal fürs Zusehen. Und zeige euch nochmal die Aussicht hier. Kommt. Mal ich das hier runter. Und zeige euch. Das hier. Boah, ups. Müssen wir die zu sauber machen, ne? So. Ist sauber, ich hoffe doch. Wenn keine Wolken werden wir es noch schöner ausschauen. Da ist die Freundin. Die kann es kaum erwarten, weiter zu düsen. Und ja. Wenn es jetzt ausgeht, bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir fahren jetzt einfach mal weiter, so gut es geht. Und ja, ich hoffe, ich glaube, man sieht, dass es, ja, schnell gefahren wird. Und jetzt fahren wir weiter, bis es einfach ausgeht. Und ja. Genau. So, nicht anders. Da hat sich übrigens auch Schnee angesammelt. Okay, Freundin. Dann sag mal auch noch Tschüss zu den Leuten, ne? Falls jetzt der Akku ausgeht. Hattest du schon winkt, ne? Mhm. Passt. Okay. Und dann tun wir die letzten Sequenzen, bis der Akku ausgeht. Okay. Boah, Bruder. Weil so schlecht bin ich gar nicht, wie sie tut. Jippie, jippie, komm. Wir fahren mit der Rodel. Bei uns sagt man Schlitten. Bei den Österreichern Rodel. Auf Hochdeutsch schreibt ich auch Rodel. Gucken wir mal. Oh, ich zieh den Schnee rein. Ja, das ist der Wahnsinn. Der absolute Wahnsinn. Was machst denn du da schon wieder? Eier schaukeln? Ich rutsche und du nicht, oder wie? Ja. Das war klar. Wir stecken hier fest. Naja. Wie gesagt, danke fürs Zusehen. Jippie. Jippie. Nein. Jippie. 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 Untertitelung des ZDF, 2020